Moin Moin und herzlich Willkommen bei der euren Produktion. Wir sind zurück bei Company of Heroes 3 Pre-Alpha Preview Version und wollten das letzte Mal eigentlich hier das Flugfeld angreifen. Uns kam aber eine kleine Panzerschlacht dazwischen. Deswegen greifen wir heute das Airfield an. Und danach geht unser Marsch direkt los, unser Marsch direkt los auf Monte Cassino. Schauen wir doch mal, wie wir hier heute weiterkommen. Wir könnten mit der kleinen Nebenunit hier Camino holen. Hoffentlich keine Minen. Wir könnten mit der kleinen Unit hier Monte... Nicht Monte Cassino, Camino holen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Bitte nicht noch mehr Minen. Ja, Camino ist unser. Nice. Dann nutzen wir hiermit das Feuer und knallen die weg. Da kommen die bösen Kugeln. Dann ist die Hinterhaltsstellung auf jeden Fall weg. Wir gehen mit dieser Einheit hier vorne hin. Mit denen reparieren wir diese Brücke. Mit denen suchen wir weiter Minen. Bestimmt noch mehr Minen, oder? Nein, nein, nein. Dann nicht. Dann müssen wir jetzt hier die ganzen Truppen einmal durchbewegen. Move, move, move. Wir haben hier noch einiges unten vorzubereiten, bevor wir auf Monte Cassino den Vollschlag eingehen. Ah, er darf hier auch schon rüber. Bewegung fertig? Ja. Gut. Weiter geht's. Alle Mann hier nachrücken. Oh. Mach der nicht. Oh, bitte nicht wieder verpacken. Ja, funktioniert doch. Ausgezeichnet. Könnt ihr... Das reparieren ist die Frage. Könnt ihr da jetzt schon hin? Das wäre halt optimal. Ja. Nein. Eine Hemm-G-Stellung. Oh. Da wissen wir doch, was zu tun ist. Erstmal daneben schießen. Das ist zu tun. War ein Stück weiter vorne anscheinend. Lande mal P-47. Dann muss es ja hier sein. Wir haben ja noch ein paar P-47. Können wir dann nutzen. Ausgezeichnet. Haben wir dann noch einen? Ich glaube, einer geht noch hier. Wir nehmen einfach das Reconplane und senden das in dieselbe Area. Dann erkennen wir nämlich hier die Hinterhalte. Aber wir kriegen hier vorne keinen... Wir kriegen hier vorne keinen mehr hin. Über die Brücke kommen wir nicht rüber. Wir können hier höchstens... Ne. Wir kriegen da nicht so schnell ein... Ein Ingenieur-Squad hin. Das war dumm. Scheiße. Unsere rechte Flanke... Ist dadurch Geschichte. Das heißt... Wir können nur noch... Mit der Flanke und mit der Flanke angreifen. Naja, besser als gar nichts. So. Noch nicht angreifen. Erstmal nur in die Nähe. Wir müssen hier gleich die Straße halten. Und wir müssen hier nochmal... Action-Maction machen. Können wir hier mit denen zusammen angreifen? Greifen die uns jetzt an? Ne, die greifen uns an, ne? Au! Au! Das ist ja gemein. Dann holen wir jetzt mal alles raus, wie was wir können. Will das jetzt jedes Mal eins geben? Na gut. Skirmisch wie das letzte Mal, aber diesmal schneller. Müssen wir jetzt jedes Mal wieder ein Skirmisch machen. Also. Diese Runde startet direkt mit einem Skirmisch. Now listen up. Here's the plan. We bleed their reinforcements dry, by taking and holding the majority of territory. Move fast. We have the initiative, but they have the defensive advantage. Defensive advantage haben sie, okay. Wollen wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwie vorankommen. Roll and the deer straight are ready to go. So, ihr geht direkt da hoch. Euch brauche ich dann hier. So, wir haben hier eine Mordereinheit. Jep, danke schön. Okay. Das geht mit denen. Wenn ihr das gecapt habt. Meins, nein. Come on, come on. Gebt mir Punkte, gebt mir Punkte. So, ihr geht da hin. Wir brauchen mehr Punkte. Wir brauchen mehr Punkte. Mehr Mörser. Scheiße, Minen sind hier einfach mal schon. Richtig assi. Zack, zack, zack. Schnell, schnell, schnell. Control territory to exhaust enemy reserves. Okay. Okay, hier sind auch weh. Scheiße, 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 scheiße. Das mit den Minen ist halt nicht geil. Wir brauchen jetzt erstmal so ein K. Da rauf, bitte. Okay, klappt das noch? Jetzt wieder zurück. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Ja, da fliegt die Granate und... Nice. Ich brauche mich hier vorne am besten, oder? Nein, 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 das geht noch. Stuart ausbauen. Okay, hier vorne ein bisschen in die Mitte rein. Und ihr holt euch ein bisschen mehr Leben wieder zurück. Das bleibt hier mit dem MG ganz gut. Was haben wir hier? Reload? Oh, nee, das können wir jetzt noch nicht benutzen. Also verschwendete Munition. Oh, weck da, weck da, weck da. Ah, wir pushen ganz gut hier. Mit den Punkten. Ah, da springen die direkt über die Mauer. Sehr geil. Oh, bringt das noch hin? Nein, 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 nein. Da hin. Zurück. 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 Nein, 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 das lassen wir mal nicht zu. Oh, ihr könnt wieder gehealt werden. Steward mit rein. Da oben ist nicht gut. Aber euch brauche ich hier unten. Ich brauche hier. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus für uns. Ah, Käpt'n auch? Nee, traut euch nicht mehr. Oh, ihr alle ausbilden wieder hier. Nein, 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 nein. Zurück mit euch, zurück mit euch. Ja, oh, weg da, weg da, weg da, weg da. Da schleicht was von der Seite ran. Nein, 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 nein. Mach die fertig, komm, schöne Granate rein. Zieht euch zurück, ihr Schweine. Oh, ihr habt's raus geschafft? Sehr geil, sehr geil. Holt euch den Sektor wieder bitte, die haben nur noch zwei Punkte und wir stehen 7-7. Ja, dann ist doch mal klar, was ihr hier macht. Easy. Da hast du, da hast du die Führung, nur noch ein Punkt für die. Ähm, kannst du. Der driftet die einfach nur richtig ab. Ah, schmeißt du eine Granate rein. Ja, jetzt noch die Gewehrgranate. T-Post! Da haben wir dafür gewonnen. Schnelle, easy Runde. Aber immerhin haben sie uns eine andere Karte gegeben. Das ist nice. Oh! Na gut. Oder das. So platzen die halt auch, ne? Ging, geht's doch. Gut. Die Medics hinterherziehen. Auch wenn wir mit denen leider nicht mehr viel anfangen können. Hier unten haben wir nichts vergessen. Nein. Ihr könnt noch weiter. Ihr habt noch einen Tag Pause. Two turns. Okay. Next day. Stay. Weiter geht's. Tag 24 erwartet uns. Ah, die holen uns das MG weg, oder? Entweder das MG oder die Unit. Oh, die gehen viel schlimmer. Gehen auf eines der Detachments, auf die Rifle Detachments da unten. Ah. Die Nachschublinien unterbrechen, oder was habt ihr vor? Nein. Mach den doch nicht. Jetzt seid ihr fertig. Jetzt seid ihr fertig. Die wollen wir haben. Und los geht's. Auf das Flugfeld. Okay. Verteidigen sollen wir es schon. Ah, sind wir quasi durchgerannt und haben es einfach genommen. Um. Attempting to retake the Effie. We will have to split our defense between the fuel dump and the supply depot. If they get overwhelmed, fall back to the control tower. Protected at all costs. I repeat, don't let them take back that control tower. We will win this, Soldiers. Okay. Jerry will send their infantry in first. Their armor won't be far behind. Was haben wir denn hier? Was bist du? Dude. Was haben wir hier? Rifle Squad Awaiting Orders. Geh mal da rein. Das ist ein MG Bunker, oder? Das MG muss da rein. Nein, nein, nein. Brauchst du nicht. Hahaha. Okay. Wir brauchen hier noch einen Bunker, oder? Oh ja. Das sieht gut aus. Hey, haben wir hier unten noch einen MG? Nice. Mörser Team. Mörser Team. Den wir gerne. Wir brauchen erstmal hier einen... ...Medic Tent. Schöne Einheit hier. Okay. Und dann 50 kannst du das. Dann müssen wir ein paar Minen überlegen. Uh, 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 uh. Entdeckung, Männer. Das hört sich nicht gut an. Das ist schon ein Brink. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Hohoho. Ihr müsst unbedingt Deckung suchen. Oh, ihr müsst auch zurück. Scheiße. Puh, gib mir doch mal ein paar mehr. Nein, gibt's nicht. 150. Gib mir mal mehr Typen hier bitte. Scheiße. Oh. All right, all right. What's next? Airborne Squad reporting. We just lost a friendly sector. Don't, don't charge again for that. Ready for deployment stuff. Okay, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Air Support Center. Jetzt sparen wir mal für 950 Punkte für den decken Panzer, würde ich sagen. I don't pump it over there, boys. Come on. Beheilung, Beheilung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lass mal da eine Granate hin, bitte. Nice. Wir sind alle gepinnt. Der Mörser kann da reinhalten. Das Mg flankiert die. Nice. Uh. Rein, 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 rein. Keine. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die wollen diese bitte unbedingt haben. Schmeiß da mal eine Granate hin. Die fokussiert sich richtig hart auf unseren Punkt hier. Oh, die Schweine. Oh, die Schweine. Zurück zu ihm, zurück zu ihm. Könntest du sterben bitte? Oh, Scheiße. Was soll das denn? Die umlaufen wir einfach mal scheiße. Scheiße. Schweiß es mal auf sie bitte. Komm schon, mach die einfach fertig. Einfach fertig machen. Bitte, bitte, bitte. Das bringt alles nichts. Mach mich fertig. Mach sie fertig. Ja, 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 ja. Kann ich das wiederholen? 260 kostet die verdammte Infantrie-Unit. Der Kerl ist den. Nö. Von Hörsch. Woh, woh, woh! Woh, woh. Woh, woh, woh. Woh. Alles die Bude. The Germans are taking one of our points. Woh. 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 klingt das was klingt nix klingt leider überhaupt nix klingt ja schnell bitte ist das cheffy light tank anti tank gun team ja bitte oh mein gott es geht wieder los cheffy light tank klingt jetzt ganz gut ist das ein panzer nein das ist kein panzer oder 75 nein sie haben wir die stück was zum teufel rückzug rückzug weiter das wird jetzt hässlich das wird jetzt hässlich noch mehr davon jungs kannst du das bitte angreifen ach so kannst du nicht nein cheffy ein tank ja nice 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 das war wichtig rückwärts geht leute das ist ein cheffy das ist ein cheffy ja stimmt komm mal ein cheffy wir holen uns jetzt mal noch ein au ok und bitte hierhin und bitte hierhin noch eine mine oh nice rückwärts rückwärts gang rückwärts gang kann ich noch eine anti tank kru haben bitte warum fährst du da lang wo sind meine ingenieure habe ich noch welche ja schießt ihn ab nur das eine ding nein der command tank ist detroit vollgas ballert auf die sie zieht sich zurück oder ja ja sie zieht sich zurück meine einzige hoffnung wuuu nice wir haben es geschafft sie fliehen sie fliehen aus ihrem flugfeld alt auf der ecke fahrgiss da können wir währenddessen schon mal die auseinander nehmen hohohoho da sind noch einige gegner ja Aber das soll es für heute gewesen sein. Wir haben jetzt hier noch einiges zu tun. Monte Cassino, das nächste Ziel. Wir müssen erstmal unsere ganzen Truppen auch nachbewegen. Diese Brücken reparieren, die ganzen Flugzeuge umlegen. Aber das passiert alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß, ich hatte ihn. Ihr seid bei der Eulenproduktion. Ich bin euer Mav und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.